Wir sehen, dass wir uns jetzt hier in der Woche im Wochenchart über die 12.050 bewegt haben. Das heißt, das 2 Wochen hoch haben wir nach oben rausgenommen, taxieren jetzt in der laufenden Woche in der Value von der 11.850. Hier 11.850 bis 13.250 haben den POC bei der 12.389. Nächste wichtige Marke für mich jetzt hier, die 12.188. Duplizieren wir mal eben. So, also wie gesagt, da kommt die VWAP der Woche runter und gleichzeitig haben wir bei der 2.15 haben wir dann eben ein High-Volume-Edge. Letztendlich ist für mich einfach nur interessant zu sehen, wie sich der Kurs dort verhält. Ansonsten haben wir klar die Ziele hier 12.389 auf der Oberseite. Im Wochenchart sehen wir, dass wir den gestrigen Tag eben dazu genutzt haben, Kraft zu tanken. Wir sehen, dass wir uns zwischen der 12.006 und hier im Hochverkauf bei der 12.065 aufgehalten haben, immer wieder zum Mean-Kurs zurückgelaufen sind. Aber jetzt nochmal die Tatsache, hier die 12.025, die ich gestern die ganze Zeit genannt hatte, bis auf den morgendlichen Ausbruch und den Versuch auf der Unterseite sehen wir, dass die ganze Zeit dieses Level nach unten gehalten hat, wir Volumen darüber gebildet haben und jetzt bei Overnight Asia Session den Ausbruch nach oben vollzogen haben. Damit jetzt die Vorgaben weiter longlastig, vor allem weiterhin, solange wir uns über der 12.042 von gestern aufhalten und dem 50-Prozent-Level der laufenden Woche, das heißt 12.046. Wir können sagen, Ziel auf der Oberseite benannt, das heißt 12.389 aus dem Wochenchart. Wir haben einen Naked POC hier bei der 135 auf der Oberseite, eine technische Marke vorher noch, also die 114, 135, 172 und dann hier die 240. 240 ist hier zu nennen als Hochvolumenkante auch aus dem Wochenchart. Die VWAP selber habe ich ja auch genannt, die kommt hier bei der 176 rein, das heißt wir haben ja mehrere Marken, 136, 169 und 240, die interessant werden können, wie sich dort der Kurs verhält, aber letztendlich sind wir longlastig, das heißt in diese Richtung wollen wir nach oben. Wir können gerne noch das 50% Retracement anmarkern, aber letztendlich, wenn wir unter die 36 fallen, beziehungsweise unter die 12.000, sieht das Ganze sowieso schon wieder viel schlechter aus, deswegen hier der Fokus, wenn wir da drunter fallen, hier auf die 971 und in Folge dessen dann hier die 11.909. Aber erstmal legen wir drüber, deswegen hier der Fokus auf der Longseite. Im Bund sieht es ein bisschen anders aus, das heißt da zielt der Kurs sich noch nach oben zu steigen, wir sehen aber auch, wir hatten im Bund letzte Woche initial das Volumen auf der Shortseite und deswegen ist klar, wenn hier das Volumen Short reinging und nicht nur über die Arbitrage hier der Kurs runtergetragen wurde, dann heißt das, dass hier vielleicht noch Stücke reingehen, reingebuttert werden, trotzdem sehen wir, dass das Volumen hier hauptsächlich bei der 64,60 liegt, das heißt hier ist auch die Vorgabe, wenn wir uns hier drüber aufhalten, ist das Ziel die 164,93, das heißt wir haben hier eine schöne größere Value von der 57 bis zur 93, aber unter der 57,58 wird das Ganze hier wieder shortlassig, das heißt, dass wir weiter nach unten fallen können und richtig long sieht das Ganze erst über der 93 aus. Also hier ist ein bisschen Rangehandel zwischen der 55 und der 94, ansonsten unter der 55 sich trennt weiter, Fortsetzung Richtung Tief beziehungsweise neue Tiefs. So, somit viel Erfolg für den heutigen Handel, bis gleich.